Yo, was geht ab Leute? T-Mobile TV wieder hier, wieder mit einem Ankündigungsvideo. Zwar diesmal kein Sponsor, zumindest noch nicht, also wir reden gerade noch darüber. Mal schauen, ob das irgendwas wird, ob sich das nicht mit unseren anderen Sponsoren irgendwie im Konflikt stehen würde. Aber wie gesagt, es geht nicht um Sponsoring diesmal, sondern darum, dass ich ab jetzt für die Seite GateToTheGames Artikel schreiben werde für den Blog. GateToTheGames ist so eine Seite, wo man Karten und so was kaufen kann, Stickers und diese ganzen Sachen. Die haben auch so einen Blog, Forum, was auch immer. Und ich werde jetzt ab da für die schreiben über Yu-Gi-Oh! Die sind halt schon relativ bekannt. Viele von denen werden gesponsert, aber meistens eher nur so diese Fußballsticker, Panini-Sticker und sowas, dieses Magic Texting, Wrestling Zeugs und weniger Yu-Gi-Oh! Und die wollen sich halt jetzt ein bisschen verbreiten, auch auf mehr auf Yu-Gi-Oh! übergehen. Deswegen erweitern sie ihren Blog und dort werde ich jetzt wöchentlich paar Artikel schreiben, rausbringen. Solltet ihr mal abchecken und es gibt noch einen kleinen Bonus für die Schreiber, die Leute, die die Artikel verfassen und zwar, wenn die halt fünf oder mehr Kommentare für ihre Artikel bekommen, kriegen die halt einen extra Booster zu den normalen Vergütungen, die sie bekommen. Sprich, wenn ich meine Artikel schreibe, werde ich die halt ab und zu in den Videos erwähnen, dass ein neuer Artikel draußen ist und dass ihr den abchecken könnt. Und wenn ihr halt unter meinen Artikeln immer fünf oder mehr Kommentare hinterlasst, würde ich dann für jeden Artikel nochmal extra zu dem, was ich bekomme, ein Booster von dem neuesten Set bekommen. Das wäre richtig geil. Dann gibt es auch noch mehr Openings oder Gewinnspiele oder sowas, noch mehr Turniere, wo ich halt diese Packs dann weggeben kann. Das wäre auch nicht schlecht. Also check die Seite auf jeden Fall ab, check den Blog ab, bleibt dran. In ein, zwei Wochen werden dann meine Artikel erscheinen und dann müsst ihr einfach nur fleißig kommentieren. Ansonsten war's das auch wieder, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab, checkt diesen Blog ab, geht to the games und ciao. Bis zum nächsten Mal.